So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie Ulchen aufsteht frühmorgens. Ole, komm, los. Los, komm, Ulchen, komm, hopp. Na komm, wir müssen los. Ole, kommst du? Sag mal, aufstehen. Komm, Les, hopp, hopp. Ole, ey. Bin ich hier zu früh dran, oder was? Ole, kommst du jetzt mal los, zack, 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 komm, hopp. Das ist eine faule Socke. Guten Morgen. Ja, so ist es jetzt.